Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ich hab ein bisschen was gemuffelt und jetzt geht's in den Krebs. Der ist inzwischen aufgeladen, das belastet unser Boot nicht. Und dann denke ich, können wir mal... Na, schön daneben geflogen. Nochmal angedotzt an den Rumpf. Aus sentimentalen Gründen habe ich das Poster der Aurora hier mal aufgehongen. Ach, es war so ein schönes Schiff. Verdammt. Ich finde Trost bei einem Katzenbild. Goldig. Okay, also. Zwei Energiezellen. Ich hätte gern Gold und Silber. Gold und Silber. Helmet. Eins, zwei, drei, vier. Silber. Eins, zwei, drei, vier. Und dann... Erstmal ein paar Ionenbatterien herstellen. Zwei neue Ionenzellen. Sehr geil. Da haben wir schon eine drin. Da ersetzen wir mal. Und wir könnten sogar noch eine dritte machen. Das machen wir auch. Da habe ich Bock drauf. Aber jetzt bräuchte ich... Sekunde. Silikon-Gummi. Und Silikon-Gummi kriege ich durch Schlingpflanzenbündel. Ist das der einzigste? Da? Nä, ja, vor... Ja, ja. Und jetzt bin ich hier... ... ... Geil. Fast alle Energiezellen ersetzt durch die dicken Dinger. Das ist sehr gut. Nicht nur, dass ich dann genügend Ersatz habe. Ich kann vor allen Dingen dann das Sonar gleichzeitig mit dem Schild laufen lassen, ohne dass mir meine Kiste absackt. That's nice. So will ich es haben. Essen, Trinken, Heilung. Eine Heilung. Alles gut. Wir haben keinen Parasiten an Bord. Es läuft aber auch richtig gut, finde ich. So. Kurz gespeichert. Und jetzt kommt mir gerade ein dummer Gedanke. Wir haben doch eh gespeichert. Äh, Moment. Computerchip. Habe ich noch einen übrig? Irgendwo einen Computerchip? Zufällig? Nein? In der Kramskiste auch nicht? Nö. Gold, Tischkorale, Kupferdraht. Kupferdraht. Zwei? Äh, Gold. Die Tischkorallen. Eine Batterie, zwei Magnetit, ein Titan. Die ist fast leer. Perfekt. Zwei Magnetit. Reicht. Mit Juken, hi. Und Angie, San, hi. Grüß dich. So. Sind wir bereit für Dummheiten? Oh ja. Wir sind bereit. Motivational note. Craig McGill, crashlanded in the acid swamps at Boreal 9, bought off the Racknid Kidney Poachers and hijacked a Tame Starwall. If he can do all that, you can survive one more day. Ja, danke für die Aufmunterung. Und, ähm, wir bräuchten eigentlich noch einen Speeder. Haben wir nicht hier einen gehabt irgendwo? Haben wir nicht irgendwo eine Kruschkiste, wo einer drin war? Wusste ich's doch. Ähm. Okay. Okay. Dann versuchen wir mal, den bösen Jungen zu scannen. Einfach mal so. Aber vorher natürlich. Huh. Speichern. Mal gucken, ob's klappt. Wäre schön, wenn. Okay. Okay. Er lässt mich in Ruhe. Au! Okay, ich werde nicht von allen in Ruhe gelassen. Frechheit. Er ist im Moment nicht da. Wo ist er denn hin? Hier ist doch normal immer einer. Wir schwimmen mal zurück. Drecksvieh. Wir gucken mal. Wir schalten nur so nah an. Sobald wir ihn sehen, probieren wir das mal. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt auf die Schnelle mal so... War nichts mit auf die Schnelle. Schade. Engine powering up. Wir gucken. Wir schalten nichts von. 10 Minuten. Okay. Okay. Ich höre ihn, aber wo ist er? Ich höre ihn, aber ich höre ihn. 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 Ich bin von irgendwas getroffen worden. Ich habe ihn nicht erwischt. Oder es klappt nicht mit der Stasis-Falle. Eigentlich klappt es schon. Ah, dich habe ich schon, okay. Ah, ich habe nur Scheiße gezielt. Alles gut. Danke. Entschuldigung für die Unerlaublichkeiten, aber ich wollte dich in der Datenbank haben. Okay. Thanks. Wer hat bei dem Deathcounter mit aufgepasst? Wo sind meine wachsamen Mods, die mitzählen? Ich bin gestorben. Oh, ich bin gestorben. Oh, wie viel habe ich denn? Nur einen? Okay, den kann ich verkraften. Ähm, jo. So, wir verkrümmeln uns hier mal weg von dem Monster. War gerade AFK, alles klar. So, wo ging es lang? Da oder da, ich weiß jetzt gar nicht. Ich muss mal kurz auf die Karte einen Blick werfen, aber dazu muss ich ja raus. Äh, da hinten. Wir sind richtig. 4, ja. Muss mal abfragen, ob das geklappt hat mit dem Deathcounter, aber es müssten 4 sein. Komisch. Versuch's nochmal mit Plus 1. Ah. Plus, Plus und Minus, genau, sowas. Also jetzt stimmt's, viermal. Viermal bin ich gestorben, bisher. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sackgasse, hier bin ich falsch Genau, falsch Andere Seite Zurück und dann links Okay, aber wir können trotzdem mal schauen Was wir aufzeichnungstechnisch hier haben Ein Leviathan Einmal den Seetrachen Und der Jungtier Seeimperator Ach, das ist so schön Okay Upsi Äh Jetzt haben wir zwei Okay Hallo Hm, was ist denn jetzt los? Hallo Ich will weiterfahren Ah, okay Oh, ich merke gerade Meine Gesundheit Ist es nicht gerade gut bestellt Wir müssen unser Schiff erstmal vom Parasiten befreien Einer ist weg Dann klebt hier einer Das ist Nummer zwei Nummer drei Da haben wir doch schon drei Stück erwischt Das sieht gut aus Hier ist nix mehr Der ist tot Okay Klickt hier schon wieder einer dran Oh, ich bin ja Hier muss ich lang. Ja, das sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. So, das war der Tipp aus dem... Aus dem Chat. Sehr schön. Night Drive hat das mir mitgeteilt. Den Schild kurz anwerfen, da sind die Parasiten weg. Da brauchen wir sie nicht mühsam wegschneiden. Das ist ein guter Tipp gewesen. Vielen Dank dafür. So, das ist unsere Richtung. So, das ist unsere Richtung. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine ruhige Rückfahrt. Da unten ist unsere Base. Die haben wir hier vorsichtshalber gebaut, um Energiezellen aufladen zu können. Falls wir unter beschwerten Bedingungen nur hierher kommen. Aber gut. Im Moment verbrauchen wir nur Energie für Sonar. Mal kurz gucken. Kartentechnisch sind wir noch richtig. Hier gibt es mehrere Exit Points. Wir biegen gleich rechts ab und nehmen den. Achso. 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 Da lang. Ich hoffe, der Exit ist auch geeignet für so ein großes Schiff. Ei, ei, ei. Jetzt wird es aber zum Nadelöhr hier. Ja, ja, ja. So. Es gibt hier auch nur eine Stelle, wo man durchpasst, ne? Ich glaube, ich habe mir den komplizierteren Weg genommen. Ja, MyDrive sagt es. Die Rückfahrt ist anstrengend. Aber hier geht es direkt hoch. Lass mich längs stellen. Das sieht gut aus. Da kommt Licht. Da ist die Seemotte. Hier sind wir aufgetaucht, okay? Da waren wir auch nicht gewesen. Okay, dann würde ich sagen, direkten Kurs auf die Motte. Ach ne, direkten Kurs kann ich ja auch nicht nehmen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich kann ja, ich brauche ja Topografie. Da ist die Base. Hier ist ganz seichtes Gebiet. Ich müsste hier rüber. Also geradeaus rüber stimmt schon. Da musste ich hier drüber switchen. Und dahin. Ja. Okay. Dann sind wir wieder im Geschäft. Also geradeaus weiter stimmt doch. Na gut, jetzt brauche ich keinen Sonar. Das sehe ich jetzt auch so. Alles klar, Bischi. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß im Lurk. Da klebt ein Fisch an der Scheibe. Okay. Fische, ne? Ja. So. Aber ich sehe es auf der Uhr. Mein Gott, es ist schon wieder spät. Ihr Lieben, ich hoffe... Was war denn das? Da hat es eben Blub gemacht. Na gut. Eine Folge ist rum, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Bis dahin macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss.